Idris Shah, Wahrnehmung Es steht geschrieben, dass jemand zu dem großen Philosophen Saadi sagte, Ich würde mir Wahrnehmungsvermögen wünschen, damit ich weise werden kann. Wahrnehmung ohne Weisheit ist schlechter als keines von beiden. Er wurde gefragt, wie ist das möglich? Saadi sagte, es ist wie im Falle vom Geier und dem Milan. Der Geier sagte zu Milan, ich habe viel bessere Augen als du. Ich kann nämlich sogar ein Weizenkorn dort unten auf dem Erdboden sehen, während du überhaupt nichts erkennen kannst. Die beiden Vögel stießen im Sturzflug herab, um an den Weizen zu kommen, den nur der Geier sehen konnte und der Milan nicht. Als sie schon kurz vor dem Erdboden waren, erkannte der Milan den Weizen. Der Geier flog ganz herab und verschluckte den Weizen. Dann brach er zusammen, denn der Weizen war vergiftet.